Willkommen bei profischnapp.de. Heute habe ich ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie. Und zwar die Garnitur 2282, eine Variante von LX Plus, einem Systemprogramm von Willi Schillig. In der Kombination zweier Longchair links, oder rechts, Entschuldigung, davor stehend rechts, mit Kopfteilverstellung in Z6299 Black, schwarz mit Kontrastfaden. Eine sehr schöne Garnitur mit kompakten Außenmaßen, 2,70 m auf 1,78 m, überbreite, überlange Rekammiere zum Liegen. Und hier mit Rückenverstellung für echten Hochlenkkomfort, Federkern im Sitz und hier super bequem auch die verstellbare Armlehne zum Liegen. Wunderbar. Nun, was kann man sagen? Wir haben hier natürlich einen super Preis, das ist die Mustergruppe, für einen bestimmten Verband gemacht, eine Variante mit extra Armlehne. Wir haben hier diese, wie ich schon sagte, lange und breite Rekammiere oder Longchair, können also auch zwei liegen, die Verstellung der Armlehne. Ganz nett gemacht, auch die Kontrastnaht abgesetzt, Chromkufen und die kompakten Maße. Wenn Sie sowas suchen, nicht so viel bezahlen wollen, aber doch Markenqualität haben, dann wäre das vielleicht was für Sie. LX Plus von Willi Schillig. Schauen Sie unter der Nummer 228, 82 bei uns im Shop, dann schnappen Sie zu und werden glücklich. Dankeschön und tschüss. Dankeschön. 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 Vielen Dank.